Der Fußball ist nicht nur ein Sport, sondern oft auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auch wenn es viel nicht gefällt, spielte Politik schon immer eine wichtige Rolle im Sport und wurde von Vereinen oder Fangruppierungen schon immer als politisches Instrument genutzt. Während manche Vereine nicht wirklich politisch einzuordnen sind, gibt es andere, die offensichtlich politische Absichten verfolgen. Im heutigen Video geht es um die 5 politischsten Fußballvereine der Welt. Bevor wir starten, gibt es einen sehr, sehr wichtigen Disclaimer. Ich möchte betonen, dass ich keine politischen Aussagen oder Meinungen der vorgestellten Vereine unterstütze oder euch vorschreiben möchte, was richtig oder falsch ist. Auch wenn ich hier Vereine als links oder rechts bezeichne, heißt es nicht, dass alle damit gemeint sind. Du bist nicht automatisch links, wenn du Fan von Rayo Vallecano bist oder bist auch nicht automatisch rechts, nur weil du mit dem FC Hansa Rostock sympathierst. Bitte nimm das nicht allzu persönlich und versucht auch in den Kommentaren sachlich zu bleiben. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es noch viele weitere ziemlich politische Fußballmannschaften gibt. Dies hier ist jedoch keine Top 100 Liste, weshalb ich je nach Interesse und Wunsch einen Mehrteiler daraus machen könnte. Wenn euch das Thema gefällt, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video wie dieses hier zu verpassen. Nummer 5. EC Bahia Der Esporte Club Bahia, kurz EC Bahia, ist ein brasilianischer Fußballverein, der aktuell in der höchsten brasilianischen Spielklasse der Serie A spielt. Mit 40 Spielzeiten in der Serie A gehört der Club zu den größten Fußballteams des Landes. EC Bahia konnte bereits zweimal die brasilianische Fußballmeisterschaft gewinnen und sich einmal den brasilianischen Pokal sichern. Ende der 1990er Jahre geriet der Verein in Schwierigkeiten und stieg 1997 erstmals in die zweite Liga ab. Obwohl der Wiederaufstieg zwei Spielzeiten später erfolgte, lief es nicht gut für den Verein. 2002 ist die Bank, die den Verein sponsorte, bankrott gegangen und hinterließ den Verein mit vielen Schulden. Ein Jahr später folgte der Abstieg in die Serie B und 2005 stürzte der Verein sogar in die Serie C die dritte brasilianische Spielklasse ab. Erst im Jahr 2011 gelang den EC Bahia die Rückkehr in die Serie A, allerdings ist der Verein auch weiterhin verschuldet. 2012 übernahmen die Fans den Club und strukturierten ihn um. Seit der Fanübernahme verfolgt der brasilianische Club eine linke und sozial engagiertere Politik. Themen wie LGBTQ-Rechte, Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung sowie Gleichberechtigung von Frauen und anderen Minderheiten werden dabei aktiv von dem Verein unterstützt. Durch Kampagnen und Provokationen versucht der Club auf die Probleme in Brasilien aufmerksam zu machen, die sonst oft keine Beachtung finden. Am Muttertag gingen die Spieler mit Plakaten vermisster Kinder auf das Spielfeld, um Mütter, Väter bei der Suche zu unterstützen und eventuelle Hinweise über den Aufenthalt zu bekommen. In der Saison 2019-20 demonstrierten der EC Bahia und der Sierra SC in einem Fußballspiel gegen die Ölpest, einer der größten Umweltkatastrophen Brasiliens. Am 28. Juli 2021, den internationalen LGBTQIA Pride Day, startete der EC Bahia ein Manifest zur Unterstützung der Sache und verkaufte Regenbogentrikots. Durch die Übernahme im Jahr 2012 konnte der Verein seine Ticketpreise senken und seine Einnahmen steigern. Gleichzeitig wurden Teile der Vereinsschulden getilgt und der EC Bahia ist heute stabiler und nachhaltiger aufgestellt als früher. Allerdings gibt es auch unter den eigenen Fans Kritik an der politischen Ausrichtung des Vereins, die oft für schlechte Phasen verantwortlich gemacht wird. Bahia wurde in der Vergangenheit oft schon Opfer von Anschlägen, wie zuletzt im Februar 2022, als es zu einem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus kam. Geplant wurde dies sogar von den eigenen Fans, die unzufrieden mit den aktuellen Leistungen des Teams waren. Getötet oder kritisch verletzt wurde zum Glück keiner. Im Jahr 2022 wurde der EC Bahia von der City Football Group aus Abu Dhabi für 127,1 Millionen US-Dollar übernommen. Die Entscheidung zur Übernahme wurde von 98,6% der Mitglieder des Vereins unterstützt. Es bleibt abzuwarten, ob die Philosophie und die LGBTQ-freundliche Ausrichtung des Klubs und den neuen Eigentümern aus Abu Dhabi weitergeführt wird oder ob der Klub seine Seele verkauft hat. Nummer 4 Istanbul Basakşir FK Istanbul Basakşir, aufgrund eines Namenssponsor-Rings offiziell Medipol Basakşir FK, ist ein türkischer Fußballverein, der aktuell in der höchsten türkischen Spielklasse spielt. Der Verein wurde 1990 vom damaligen Bürgermeister Istanbuls Nuretin Sösen unter den Namen Istanbul BB gegründet. Der Verein spielte von 2007 bis zum Abstieg 2013 sechs Spielzeiten lang in der höchsten türkischen Liga und erreichte 2011 sogar das türkische Pokalfinale. Im Jahr 2014 erfolgte schnell der Wiederaufstieg in die Super League und der Verein wurde in Medipol Basakşir umbenannt. Durch die neuen Eigentümer erlangte Basakşir schnell einen Aufschwung und gewann 2019-20 erstmals die türkische Meisterschaft. Anschließend qualifizierte sich der Klub 2020-21 erstmals für die UEFA Champions League, wo man jedoch bereits in der Gruppenphase ausschied. Trotz des sportlichen Erfolgs steht der Verein aufgrund seiner engen Verbindung zum türkischen Präsidenten und Kriegsverbrecher Recep Tayyip Erdogan und der rechtspopulistischen Partei AKP in der Kritik. Erdogan ist laut eigener Aussage an der Gründung des Vereins beteiligt und hat bis heute noch großen Einfluss auf den Istanbuler Klub. Der Vereinspräsident Göksal Gümüstak ist ein angeheirateter Verwandter der Familie Erdogan. Der Haupt- und Namenssponsor Medipol wird von Erdogans Gesundheitsminister und vertrauten Feritin Göker geführt. Außerdem wird die Rücken Nummer 12 nicht mehr vergeben, da Erdogan diese bei der Eröffnung des Stadions getragen hatte. Basakshi ist bekannt dafür, kontroverse Spieler unter Vertrag zu nehmen, wie zum Beispiel Papis Demba Kise, der während seiner Zeit bei Newcastle radikal religiöse und terroristische Organisationen und auch Persönlichkeiten unterstützte. Emmanuel Adebayor, der öffentlich den ruandischen Präsidenten Paul Kagami lobte, der international für seine Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird. Und Rubinio, der 2022 in Italien wegen einer Mittäterschaft bei einer Gruppenvergewaltigung aus dem Jahr 2013 rechtskräftig zu einer Haftstrafe vor neun Jahren verurteilt wurde. Wenn man sieht, dass Mesut Özil auch bei Basakshi gespielt hat, dann schließt sich der Kreis. Aufgrund der engen Verbindung des Vereins zur Politik und der Person Erdogan wird Medipol Basakshi oft von den Kritikern als Erdogan-Club oder Erdogan-FC bezeichnet. Nummer 3. FC Barcelona Der FC Barcelona ist ein 1899 gegründeter Fußballverein, der seit Gründung durchgehend in der höchsten spanischen Spielklasse spielt. Mit 26 spanischen Meisterschaften, 31 spanischen Pokalsiegen und 5 gewonnenen Champions-League-Trophäen gehört Barca zu einer der besten Klubs national sowie auch international. Der FC Barcelona ist nicht nur für seine sportlichen Erfolge bekannt, sondern auch für sein politisches Engagement, insbesondere in Bezug auf Katalonien. Während der Franco-Diktatur wurde der Verein zu einem Symbol für die kulturelle Identität Kataloniens und des Katalanismus. Sowohl die Fans der Verein als auch Vereinsspieler sprechen sich für eine katalanische Unabhängigkeit aus, was man auch im Stadion durch politische Plakate und Flaggen in katalanischen Farben deutlich wird. Der FC Barcelona sah sich lange selbst als inoffizielle katalanische Fußball-Nationalmannschaft an, weshalb der Verein lange keinen Sponsor auf den Trikots hatte. Erst 2006 vor UNICEF hat man die Regel gebrochen. Barca hat sich immer für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Menschen eingesetzt. Zum Beispiel hat der FC Barcelona im Jahr 2017 eine Kampagne gestartet, um auf die Aufmerksamkeit auf die humanitäre Krise in Syrien zu lenken und Spenden zu sammeln. Nummer 2. FC St. Pauli Der FC St. Pauli ist ein Fußballverein aus Hamburg, der im Jahr 1910 gegründet wurde und aktuell in der zweiten deutschen Liga spielt. In den 1980er Jahren begann sich der Verein von einem traditionellen Standardclub zu einem deutschen Kultclub zu entwickeln. Es entstand eine alternative Fanszene, die linksgerichtete Politik und sozialen Aktivismus unterstützt. Der Kiez-Club wurde zu einem Magnet für Punker, Hipster und andere linksgerichtete Gruppierungen. Das führte dazu, dass die durchschnittlichen Zuschauerzahlen des Vereins sich verzwölffachten und es ist nicht ungewöhnlich, Politiker von linken Parteien oder allgemein linke Persönlichkeiten bei Spielen des FC St. Pauli zu sehen. Im Stadion des Vereins gibt es oft politische linke Symbolik, von der Regenbogenflagge bis hin zum Antifa-Banner. Selbst das Logo des FC St. Pauli, vor allem das des Totenschädels, wird oft als politisch linkes Symbol verwendet und es gibt keine linksorientierte Kneipe oder Bar in Deutschland, in der das Logo des Kiez-Club nicht zu sehen ist. Es geht sogar so weit, dass das Wappen des FC St. Paulis auf der britischen Anti-Terror-Liste gelandet ist. Die Freibeuter setzen sich auch in Bezug auf wohltätige Zwecke aktiv ein und startet Kampagnen, um Geld für Wasserspender in Schulen in Kuba oder sauberes Trinkwasser in Ruanda zu sammeln. Der Verein engagiert sich auch aktiv gegen Rassismus, Diskriminierung und Homophobie. Nummer 1, Baita Jerusalem Baita Jerusalem ist ein 1936 gegründeter Fußballverein, der aktuell in der höchsten israelischen Spielklasse spielt. Dieser gewann sechsmal die israelische Liga, siebenmal den israelischen Pokal und einmal den israelischen Liga-Pokal. Neben den ganzen nationalen Erfolgen ist der Klub vor allem für seine Kontroverse und extrem politische Fanszene bekannt. Der Großteil der Fans besteht aus ultranationalistischen und rechtsgerichteten Anhängern, die dafür bekannt sind, rassistische Parolen und Äußerungen zu verbreiten. Im März 2012 griffen Baita-Fans nach einer Niederlage in der Liga arabischer Angestellte eines Einkaufszentrums an und riefen dabei rassistische und diskriminierende Parolen. Einige Gruppierungen des Klubs sind sehr offen rassistisch und geben sogar an, dass sie darauf stolz sind. Bei Spielen hört man oft extrem rassistische Fanparolen wie Tod den Arabern oder Vernichtet die Feinde Israels. Die Ultraszene von Baita ist auch dafür bekannt, Waffenhandel zu betreiben oder Brandanschläge auf politisch Andersdenkende zu verüben. Nicht nur die Fans, sondern der Verein selbst handelt rassistisch und verbietet konsequent die Verpflichtung von muslimischen Spielern. Baita-Jerusalem hat auch eine große Nähe zu kontroversen Persönlichkeiten und Politikern wie Benjamin Netanyahu und seiner national-konservativen Partei Liket oder Avigodor Liebermann, dem Gründer der rechtspopulistischen Partei Israel Baita-Inu, der früher sogar Vorsitzender vom Klub Baita-Jerusalem war. Im Jahr 2018 kündigte der Verein an, den Namen des Vereins zu Ehren des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zu ändern, nachdem die US-amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt worden war. Der Plan wurde jedoch aufgrund von Verboten des israelischen Fußballverbandes verworfen, da nur Namen von verstorbenen Personen im Klubnamen erlaubt sind. Aufgrund all dieser Vorfälle und Kontroversen ist Baita-Jerusalem als der politisch extremste und rassistischste Fußballverein der Welt bekannt. Das war's auch mit diesem Video. Welche von den aufgelisteten Vereinen hättet ihr am wenigsten auf dieser Liste erwartet und welche schon? Seid ihr vielleicht Fan von einer dieser fünf Mannschaften? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und diskutiert bitte sachlich und respektvoll. Wenn ihr wissen wollt, warum es kaum offen atheistische Fußballspieler gibt oder was die sechs schlechtesten Champs-Lieb-Teilnehmer aller Zeiten sind, dann klicke hier auf das entsprechende Video in der Endcard. Abonniere nicht vergessen und folgt mir auf Instagram, etnarefootball, bis auf Wiedersehen und ciao! Abonniere nicht vergessen!